Hühe, Scheibe, BNR! Hühe, Scheibe, BNR! So siehe, 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 siehe! Siehe, Scheibe, BNR! Siehe, Scheibe, BNR! Hallo! 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 Hallihallo! 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 Freitagabend, 17. Januar Eistadion am Pferdeturm. Es ist Derby-Zeit. Dann begrüßen wir natürlich recht herzlich alle Eishockey-Fans auf der Südtribüne. Dort wird ausnahmslos natürlich die Fans der Scorpions. Hallihallo! Schön, dass ihr am Pferdeturm seid. Viel Spaß heute Abend. Tja, liebe Eist und die Freundinnen. Es ist Freitagabend. Wir haben es 20 Uhr, 2 Minuten und 13 Sekunden. Und ich grüße Sie die Macht hier im Stadion. Schönen guten Abend! Hallihallo! 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 Die Defensive unserer Gäste spielen mit der Nummer 8, Brent Griffin, die Nummer 21, Jan Hemmes, die 27, Michael Schuppel. K kickpr scout in Sprit. H Prozent. Sagen wir von den wenigen Momenten, geht es los, wir warten auf den Spitzenreiter der Eishockey in dem Team der Scorpions. Vielleicht müssen wir so mal mit allen zusammen rufen. Jürgen, Schmerz, Edebat! 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 Die Gäste sind die Vortrittler. Wir begrüßen unseren Torhüter gespannt mit der Rücke Nr. 91 Christoph. Und Trainer Nr. 34 ist Jimmy. Und zu guter Letzt und Trainer Nr. 95 Maurice. Trainer der Hannover Indians, das ist Bibi. mos ja bisher onen creder Area ca this. Ich Sempre frei! Ich immer nochbody. Wenn du das ist, nichturch und k qü ver. Ich immer noch nicht zum Spaß machen. Auf den sensibleے Fragen messst du Jungs! Ich abente Treppe! Erinhard hat schw 분�ig und memoriale Profi utilis ab! Hallo, Mann, Mann! UNTERTITELUNG Raus dieser! 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 ... Malofa! 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 Scheißlau gelagen, wir singen Scheußer! Es kommt die letzte Spielminute im ersten Drittel. Ja, liebe Alonaz und Janine Zoll, das ist Jimmy! Jimmy! Erte! 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 Sieg der Indiens, kommt mit! Der Restlos ausverkauften Ferdeturm, 4608 Eishockey-Fans, schön, dass ihr alle da seid! Der Restlos ausverkauften Ferdeturm, 4608 Eishockey-Fans, schön, dass ihr alle da seid! Der Restlos ausverkauften Ferdeturm, 4608 Eishockey-Fans, schön, dass ihr alle da seid! Der Restlos ausverkauften Ferdeturm, 460 Eishockey-Fans, schön, dass ihr alle da seid! Und das war... Wiese! Wie war das? Wiese! Assistentin zu diesem Tor, unsere Nummer 17, Arthur! Die Nummer 10, Darcy! Die Torschütze zum zweiten Mal am heutigen Abend, unsere Nummer 12, das ist... Branden! 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 Senders! Und das war ja das gelbende Mal! 2! Dies kommt, Jens! Dürfen! Dieses Tor feiern wir noch einmal mit einem Dreifachen... Hannover! Wieden! Hannover! Wieden! Hannover! Wieden! Hannover! Wieden! Nichts ist unmöglich! Hannover! Brotter, 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 Brotter! Brotter, 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 Brotter! Brotter, 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 Brotter Also hier vorne, 56, 60 Minuten am Viertelton, Tor für die Hannover! Die West! Und ihr seid der Meinung, das war... Die West! Assistent zu diesem Tor, unsere Nummer 10, Dorsi! Der Tor! Tor, unsere Nummer 17, Arthur! Das! Und das war eigentlich auch das gelte Nummer! Die Skorpions! Und ich sage... Noch einmal! Nichts ist unmöglich! Brust dir Säcke! Oh, Susanne! Das ist großartig! Scheiß, das ist nie das! Scheiß, Verlierer! Scheiß, Verlierer! Scheiß, Verlierer! Scheiß, Verlierer! Scheiß, Verlierer! Ja, wir haben eine Strafzeit, die wir auch noch nie hatten am Pferdeton. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 2 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen. Die Nummer 44 der Skorpiens, Niklas Bowenschen, erhält 3 Strafminuten wegen Verstoßes beim Bulli-Anspielen.